Musik 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 Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Eden Eternal, natürlich wieder mit Ramon! Yo, hallo! Hallo! Ali ist geschehen teurer! Genau! Oh! Ah, Hilfe! Wir chillen hier immer noch eine Runde am Strand! Mein Tiger juckt sich an der Nase, weil ich mich verletzt nicht aus, ey! Na gut, jetzt ist halt die Grafik so niedrig! Ja! Aber bald, Leute, bald hab ich meine neue Grafikkarte und dann geht's los! Bang! Ja! Oh, hier ist die Kappe! Dann steh ich mal auf und zoome mal ein bisschen raus, weil ich war grad richtig weit reingezoomt! Mein Vögelchen kann auch wieder aufstehen! Mein Vögelchen kann übrigens jubeln! Oh yeah! Das liegt im Kreis! Und man... Es kann winken! Es kann winken! Hä? Wink doch! Kann es nicht! Es kann Grundschlag! Auf die Krabbe! Ah so, voll so Bäm! Okay, äh... Oh, ich hab meinen Quest-Tracker, hab ich ausgemacht! Ähm... Mit Rolf! Wir müssen mit Rolf sprechen! Alles klar, sprechen wir mit Rolf! Yeah! Mein Schall weht immer so voll episch hinter mir her! Bei mir ist das nur der Staub, den ich hinterlasse! Das ist mein Staub! Hey! War das nur ne Quest, die wir annehmen können? Ja, wir nehmen jetzt erstmal die hier an! Dann gehen wir gleich hier vorbei! Hier sind voll viele Quests, die wir annehmen können! Guck mal auf der Map! Aber die hier müssen wir ja abgeben, ne? Das ist ja... Ja, stimmt! Magischer, kritischer Schaden, kritischer Schaden! Ne, ein normaler, kritischer Schaden! Ich hab nix mit Magie am Hut! Ja, ich eigentlich auch nicht! Okay, wo müssen wir hin? Ja, hier erstmal geradeaus! Hier ist nämlich noch der Fursch-Schwertkämpfer-Tach! Der hat nämlich auch noch zwei Quests für uns sogar! Awesome! Ich würd sagen, wir nehmen erstmal alle an, bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen! Weil, nachher töten wir die Monster und dann nehmen wir eine andere Quest an, dann müssen wir die selben Monster nochmal töten, weißt du? Ja, ja, das ist irgendwie... Wär irgendwie blöd! Ich glaub, die muss sogar tatsächlich... Hier muss man sogar tatsächlich diese komischen Adlerviecher auch töten! Ähm... Hä? Der hat überhaupt keine Quest für mich! Doch, die muss dieses Buch Moha als Fabeln kaufen! Einen Silber! Ich hab keinen Silber! Ach doch, klar! Ich bin zu behindert! Oh, ich hab keinen Platz im Inventar! Ja, ich auch nicht! Scheiße! Äh... Drück auf den blauen Rucksack! Ach ja, genau! Und tu jetzt rein, hast du mehr Platz! Äh? Ne, das geht bei mir nicht! Du musst den unten reinziehen! Echt? Ja! Ah, sehr schön! Wunderschön! Ich brauche jetzt mal meinen ganzen Crap hier! Diese ganzen Klamotten, die ich eh nicht tragen kann! Ja, das Schwert wollte ich dir geben! Warum muss ich dieses Buch kaufen? Weiß ich nicht! Das hört so! Aber jetzt hat der immer noch... Achso! Ne, ich verstehe! Die anderen... Äh... ...bleiben hier muss ich... Verstehe, okay! Okay... Ja, gut! Okay... What? Achso, ne... Ja, keine Ahnung, ist mir auch egal! Äh, erstmal will ich hier zu der... Ah, warte, warte, warte kurz! Du hättest, äh... Die anderen da drunter, die anderen beiden da drunter hättest du kaufen müssen! Weil wenn du da rechtsklick drauf machst, dann kriegst du Quests! Ja, aber ich hab mir... Ja, ja, ich hab mir aber kurz erstmal hier... Äh, Outfit gekauft! Also Farben! Okay, ich guck aber erstmal, dass ich bei dem hier auch ein bisschen was loswerde! Weil schwere Rüstung habe ich nicht, brauche ich nicht! Kann ich nämlich eh nicht tragen! Ja, natürlich möchte ich fortfahren, sonst hätte ich's ja nicht gesagt! Stoffrüstung kann ich schon nicht bruchen! Das ist eh schlechter als meine anderen! Das ist auch... Stoffrüstung... Ja, man! Ancient Boots! Was ist das da? Schwere Rüstung! Oh, ich hab 100.000 von diesen komischen Gefäßen hier, ey! Bist du noch da? Ja, 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 ich war grad ein bisschen konzentriert! Die große Träume! Ja, die Gefäße mach ich jetzt! Ich töte jetzt mal! Also die Bögen brauchst du nicht, die kann ich verkaufen, ne? Ne, ne, ich hab einen guten Bogen! Okay! Wow! Warum bin ich jetzt Level Up? Weil ich so ein Vieh getötet hab von diesem Gefäß! Ah, okay! Jetzt kommt das nächste noch! Okay, ich glaub ich mach die Viecher auch mal! Oh, ich kann upgraden! Äh, deh, eh, eh, eh! Okay, sehr schön! Sprech, sprich, sprich! Was? Ich, ich spreche, ich spreche! Okay, gut! Holy! Nein, nein, nein! Holy moly! Genau! Ah, ich seh nix! Yeah! Okay! Was ist ne Mimik? Ach so, da müssen wir diese komischen... Naja! Was für ein Ding? Naja, ne, schon fast schon! Ich stirb! Diese komischen Farben, ne, die brauch ich nicht, ey! Ich hab mich jetzt erstmal so... Guck mal, wie geil ich jetzt aussehe! Boah, wie cool ist das! Ich hab mich komplett schwarz gemacht und die Hose so ein Braun, das sieht voll geil aus! Weil hier die hat... Okay, ein Gefäß hab ich noch! Hier die Olle, die verkauft ja Farben hier die! Ja! Kannst ja Farben kaufen! Cool! Ich glaub, da muss ich auch gleich mal vorbeigucken! Oh, sche- oh! Boah, jetzt hab ich den... Das war mein Schuss, mein Critschuss! Ich hab den vorweg gesmasst! Halt! Okay, hast du noch ein bisschen Zeit? Klar hab ich noch Zeit! Dann würd ich nämlich auch mal! Ey, ich hab einen neuen Skill! Adler! Yeah! Was ist los? Äh... Obwohl schwarz find ich eigentlich... Soll ich... Schwarz? Oder... Blau? Äh, was ich geil fände wäre, wenn du dieses schwarz nimmst... Ähm... Du machst komplett schwarz und darüber dieses orange machst du den Schal! Das sieht geil aus! Stimmt! Also hatte ich das bei meinem nämlich auch! Für die Klamotten brauch ich zweimal schwarz? Genau! Und oben den Schal einmal dieses orange! Okay, sehr gut! Ja, wenn das jetzt machst, sieht das richtig awesome aus! Okay! Ja! Ich find das cool aus! Und? Ja, nice! Sehr schön! Äh... Ja, wir sind... Ja okay, noch nicht fast Level 10! Äh... Haben wir noch Quests anzunehmen? Ne, haben wir nicht! Äh... Aber ich muss noch kurz beim äh... Shop vorbeigucken! Äh... Welchem? Beide? Die sind nämlich direkt nebeneinander! Ach, hier die, ne? Ja! Ja! Ja toll, ich könnte mir ein Breitschwert holen! Was ist das denn? Naja, ich guck mal, dass ich gleich mit dir handeln kann! Level 10! Breitschwert... Ja gut, die ist Breitschwert! 575! Ja, hat schon mehr... Äh... Ist schon ein bisschen besser, aber... Trotzdem eigentlich voll unnötig! Mhm! Das kostet 260 Silber und das ist nicht gerade so wenig! Ja, das ist hier alles ab Level 10! Hier können wir noch nichts machen! Hauptsache, ich höre dein Mausrad! Der Entler möchte das nicht! Okay, was machen wir? Ähm... Questen? Ja, welche? Von den 100.000? Warte, mach ich mal kurz was probieren! Kann man hier drüber springen mit diesem Sprung? Ja, Mann! Wie geil ist das denn? Uhuhu! Ach, das ist ja da! Das klingt irgendwie sinnig! Ja, okay! Äh... Hier diese Quallen... Quallenstacheln von Nocturne... K... K... finally... K... Eh... Oh, wie viele haben wir... Ja, wir haben echt viele Quests mittlerweile... ... aber wir nehmen jetzt die Quallen! Okay! Die Quallen, okay! Dann gehen wir zu den Adlern! zur Adlerei? zur Adlerei zur Adlerei das heißt eigentlich Adlerei ich hab's nur am Anfang immer falsch ausgesprochen ich hab Adlerei gesagt was machst du? ach, bauen wir die auch, oder wie? ja, klar weiß ich ja nicht fünf Stück davon und fünf Stück von den anderen Viechers mein Vogel ist voll faul, Mann der sammelt das überhaupt nicht alles ein ja doch, der braucht halt nur ein bisschen, das dauert man äh, ja, sieht aus, als hätten wir die Quallen äh, die Krabben schon mal erledigt ja bam erstmal Waffen hier warte, hier ist der Name von denen der was? der Name der einzige, der einen richtigen Namen hat ach so, verstehe aber klar ja, das war Schluss aha, okay du bist wieder laut, redest, redest was? was riecht? warum? ja, weil du machst du bist zwischendurch ja, okay, gut unser Skype ist einfach scheiße, das ist der Punkt boah, Alter, mein Vogel kann das gar nicht so schnell reinsammeln ja, gut, die Viecher sind auch äh, ziemlich viele Level unter uns okay, das haben wir fertig stimmt, das haben wir auch schon fertig ey, cool, die können wir einfach so abgeben, ne? echt? ja, indem wir in das Buch gucken steht da rechts drin äh, ich klicke auf das rechtsklick auf das Buch in dem Questlog ja, nein ich hab ja kein Buch dann hast du die Quest noch nicht fertig doch, hab ich aber wir hatten die auch noch mal mit, äh mit Tach wir müssen die bei Tach abgeben okay, dann haben wir jetzt, glaub ich, noch die Adler, oder? Adler und eisenhaut Wildschweine ja, gehen wir jetzt in den Adler äh, kleinen Moment ich folge ja, wir haben noch acht, ja, fast neun Minuten ach, da komm, das passt das ist noch über die Hälfte ne, knapp die Hälfte über die Hälfte nicht, aber wir schaffen das auf jeden Fall jetzt noch auf Level 10 und dann passt das no ach, warum renne ich so weit weg, ey ich fühle mich schon mal um die Adlereihe Adlereihe okay okay adlerei, eins brauchen wir noch ich hab jetzt, ja, Adlerei haben wir alle ach nee, genau das haben wir alle und ganz unten ja nee, wir brauchen auch wir brauchen im Prinzip nur noch Wildschweine bütende Vögel des Mitternachtsfeder ach genau, ja, dann müssen wir aber nur genau du brauchst eigentlich nur die Tröte fu- äh, die Tröte pusten Tröte pusten ja ah, da, der Riesenvogel stirbt, du Affe bämst, das war's jetzt gehen wir noch schnell zu den Wildschweinen ja noch Lockreise huu wow, wenn wir die ganzen Quests abgeben sind wir mal Minimum Level 11 das glaub ich auch eigentlich ist es voll schwierig in dem Spiel wirklich zu sterben, oder? nee, ich hab's schon voll oft geschafft ich eigentlich noch nicht ich hab schon mal genügend Heiltränk und so oh, hier ist noch eine Quest anzunehmen sei was? ja, hier durch einen Teleporter durchgelaufen die können da nur anders hin teleportieren ja, nach Arwen ich hab's schon mal genügend Heiltränk und so ja, genau ja, warte, jetzt kann ich dir eben schnell kleinen Moment äh, äh, ähm, brauchst du irgendwas? äh, eigentlich nicht warum kann ich das nicht? ach so hä, ich kann das nicht geben warum nicht? ja, versuch du mal da irgendwas reinzuziehen geht nicht warum geht das nicht? vielleicht musst du Rechtsklick drauf machen oh, ups ach, rede, 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 rede was, ich rede, ich rede, ich rede ja, 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 ja warum geht das nicht verdammt nochmal? äh, hä? Handel fehlgeschlagen ja, warte mal, warte mal, warte mal hey, weißt du was wir machen können? hä? ich kann dich, äh nein kann man das nicht einfach wegwerfen und du, äh ich kann dir eine Date-Einladung schicken eine was? ja, eine Date-Einladung weil du ja weibst dann kriegen wir was guck mal, wir haben was und, äh, erhöht's, äh, so KP und EP erhöhen sich um 10% oh, wie cool das war geil, ne? stimmt, wir haben was wahre Liebe jetzt kriegen wir 10% mehr EP wie cool ist ja voll sinnig Pärchen, Glückwunsch zum Finden deines deiner Liebsten öffne das Community-Fenster und wähle Paar aus um weitere Informationen zu halten nein, brauche ich nicht ja, heißt das, du kannst mir das nicht geben? ne, heißt du musst ja doch zwei Dinge warte, erhöht die ja, komm, Scheiß drauf geben jetzt oh, ich kann dir die eine Quest wieder abgeben ja, ich nicht, ich hab grad das Buch verkauft hehehe du bist gut ja, ne? äh, beschwere ich mal jedes komische Vieh das ist ein komischer Raptor Araraptor whatever Othello stirb Krabbe stirb boah, geil ich hab Jägerpanzerhemd bekommen juhu wo ist es, wo ist es, wo ist es Jägerpanzerhemd? oh, du hast es bekommen Stimmt ey, das ist doch für'n Arsch ich will dir das geben, Mann ja, dann warte, wir probieren das nochmal davon ab, benötigt das aber Level 13 das ist ja egal kleinen Moment achso, ja, gut äh Archiv äh wie fehlt die erforderliche Stufe? müssen wir noch nicht leben sehen? doch aber guck mal, ich konnte ja jetzt was reinziehen ah ja, stimmt, ich auch ah ja, komm, ich geb dir einfach das aber ich kann nicht bestätigen musst du aufsperren aufsperren? achso, und dann bestätigen okay, cool yeah, korrekt das Ding hat einen Sockel wie krass ist das? warte, dann können wir das jetzt nochmal probieren dann kann ich versuchen, dir das schwer zu geben ja was hast du mir denn gerade gegeben? ich hab auch keine Ahnung, so ein Hemd nee, das kann ich dir nicht geben weil es ein Quest-Gegenstand ist weil ich schon nicht eine Quest bekommen hab 100 Punkte ach, scheiße schade man ey gehen wir zu Obel ja man, weil ich das so gerne gehabt ach, schliegen es ist nur noch eine Minute geben wir die Quest ab und dann müssen wir den Part schon wieder danken oh, passt sie ist so schön, danke macht ihr mal die Feder, oder was? ja, ja, jetzt gehen wir zu Dach kleinen Moment, ich hab mir hier noch eine Quest abzugeben Dach und Dach oh Junge, alle stehen hier nicht mit drin sehr schön und Rolf brauchen wir noch dann bin ich schon Level 11 ja obwohl ja klar also ich schon nee, kleinen Moment ich muss nur mal kurz zu dem Fritzen hier runter zu dem Lebensmittelhändler weil ich ja das Buch verkauft hab schlau wie ich ja bin ja, ich nehm schon mal hier von dem Barmen dann schon mal die Quests an ja, kleinen Moment solange wir jetzt noch Zeit haben vom Barmen okay ah, jetzt okay sehr schön gut, dann würde ich sagen chillen wir uns hier unten zu dem Pideporter hin Pideporter hier so äh, hier hinpflanzen so oh, ich hab jetzt meinen Vogel hin gesetzt kleinen Moment Karek auch hin ach man, jetzt ist es schon jetzt ist ich wieder ein Vogel so okay und damit würde ich sagen war's das mit Part 3 ja und äh ja dann sage ich einfach mal tschö bis zum nächsten Part jup bis dann